Doch dann passierte etwas Unglaubliches. Täglich bekomme ich zahlreiche Kommentare, in denen ich mit Jero verglichen werde. Ist das die Schwester von Jero? Wieso erinnerst du mich an Jero? Deine Stimme erinnert mich an Jero, nur in weiblich. Heute werde ich euch auf all diese Fragen eine Antwort geben. Ich werde euch diese verwirrende und zum Teil auch unglaubwürdige Geschichte Schritt für Schritt erklären. Erstens, schaut euch doch mal unsere YouTube-Namen Jero und Lidiro an. Jero, Lidiro, Jero, Lidiro, Jero, Lidiro. Und, fällt euch was auf? Nein, okay, mir auch nicht, deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Ach, Mist. Zwischendurch aß ich noch ganz schnell ein Sandwich und ging zweimal auf Toilette. Als nächstes habe ich die Buchstaben unserer Namen Jero und Lidiro als Zahlen ihrer Reihenfolge im Alphabet aufgeschrieben und sie dann miteinander addiert. Erstaunlich, aber in beiden Fällen kam ich auf ein und dieselbe Zahl, 67. Zufall? Ich glaube nicht. Und das war erster Anfang. 67, interessant. Was könnte es nur sein? Nein, mein Gewicht ist es auch nicht. Also, wenn ich mir so dein Skript anschaue, könnte ich vermuten, dass es dein IQ ist. Vielleicht 1967? Das Jahr 1967 begann vor über 50 Jahren, am 01.01.1967. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und damit vor 2637 Wochen bzw. 18.464 Tagen. Spannend, aber unnötig. 1967 ist zum Beispiel meine Mama zur Welt gekommen. Und wenn sie nicht geboren wäre, dann gäbe es mich und demzufolge auch den Kanal Lidiro nicht. Nein, es ist eindeutig etwas anderes. Ich ging mit meiner Forschung weiter und habe ebenfalls die Zahlen 6 und 7 miteinander addiert. Und das, meine Freunde, hat die Zahl 13 ergeben. Wie wir alle wissen, gilt Reizen sowohl als Unglückszahl als auch als Glückszahl. Aber das ist noch nicht alles, was ihr darüber wissen solltet, ihr kleinen Schlingel. Sie liegt nämlich auch noch zwischen den Zahlen 12 und 14. Das hat jetzt zwar gar nichts mit dem Thema zu tun, aber trotzdem. Meine Videos sollen ja schließlich auch Wissen und Bildung vermitteln. Ja? Nun gut. Ich habe sogar mit Magie versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Ich setzte mich Punkt um 3 Uhr nachts an ein Ouija-Hexenbrett, das ich selber gebastelt habe und formulierte eine klare Frage. Charlie, Charlie, bist du da? Doch dann kam meine Mom rein, gab mir eine Kopfnuss und mir verging irgendwie die Lust daran. Ich war so kurz davor aufzugeben und meine Recherche zu beenden. Doch dann passierte etwas Unglaubliches. Ich fand ein altes Buch mit der Geschichte unserer Familie. Hm? Ich schaute es mir an, analysierte nochmal alle Fakten, die ich im Laufe meiner Recherche gesammelt habe und formulierte schließlich eine klare und schockierende Antwort auf die Frage, was ich mit Gerald zu tun habe. Nichts. Und jetzt ganz ehrlich, Leute. Es ist wirklich nur ein Zufall, dass die Betonung oder Aussprache irgendwelche Ähnlichkeiten hat. Ich bin also nicht mit Gerald verwandt. Aber das ist auch nicht sicher. Mein Opa war nämlich auch so ein Schlingel. Das war's für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt unten in die Kommentare, wem ihr so angeblich ähnlich seid. Doodly doo. Hier ist ein Video von mir und eins von dem Kanal. I'm Serafina. Schaut vorbei. Bye. Abonnier nicht vergessen. Brrr. 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 Vielen Dank.